Jetzt kannst du hier zigmal hin und her fahren und dann hast du hier Ackerlappen. Ja, das stimmt. Und so wie jetzt hier bauen wir hier einmal auf, rollen unseren Schlauch aus und dann hier geht er los. Geht das schneller als mit dem Fass? Ja, auf jeden Fall. Wir schaffen mehr, wenn die Gülle das hergibt. Wenn wir relativ dicke Gülle haben, dann können wir die Kilometer nicht mehr pumpen. Wir haben jetzt irgendwo 1,2 Kilometer Schlauch dran und pumpen mit knapp 160 Kubikmeter die Stunde. Und ich will mal so sagen, das sollte man fast nachmachen.